Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, der Episode Nummer 94. Und heute sprechen wir über ein Thema, das vor ein paar Wochen schon passiert ist. Und das ist sehr bewusst das Thema von vor ein paar Wochen. Denn heute möchte ich mit euch so ein bisschen die ganze Geschichte der K2-Dramatik um den verstorbenen Träger Mohammed Hassan aufarbeiten. Ich möchte vor allen Dingen auch nochmal so ein bisschen auf den medialen Zusammenhang mit der ganzen Geschichte eingehen. Und vor allen Dingen möchte ich jetzt, weil das Ganze jetzt schon drei Wochen publik ist, über drei Wochen, eigentlich schon fast vier Wochen publik ist, möchte ich vor allen Dingen jetzt die Schatten- und Lichtseiten der Geschehnisse aufzeigen. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es gibt relativ wenig Licht. Aber mir war es wichtig, genau deshalb auch nicht sofort darauf zu reagieren. Wir leben heute in einer sehr schwierigen Zeit, wo es vor allen Dingen darum geht, Reichweite zu maximieren. Und so viel Klicks aus einem Beitrag herauszuholen, wie es nur geht. Das betrifft soziale Medien, das betrifft YouTuber, das betrifft Instagramer, das betrifft auch die klassischen Medien, das betrifft im Prinzip selbst Zeitungen, die quasi auf Papier gedruckt, wie im 13. Jahrhundert quasi. Auch die betrifft das im Prinzip, denn gerade diese Zeitungen schwenken immer mehr um auf Online-Angebote, weil sich das besser anpassen lässt, besser rentiert, schneller mal was ausgebessert werden kann, wenn irgendwo ein Fehler ist, etc. Das Ganze hat eine unfassbare Schattenseite dieser Entwicklung und das hat man an diesem Fall relativ gut erkannt. Denn die Geschehnisse wurden publik, der DRK2-Vorfall wurde publik. So am 5. August kamen die ersten Aufnahmen auch auf Twitter, ich meine natürlich X, und anderen Plattformen und relativ schnell danach kamen erste Zeitungsartikel oder Sonstiges. Das große Problem an einer Auseinandersetzung in dieser Geschwindigkeit mit Themen oder auch mit Geschehnissen ist, dass sie unvollständig sind. Und was der Online-Journalismus heute macht und auch Influencer heute machen, ist es natürlich, diese kleinen Häppchen, die immer wieder nachgeliefert werden, bewusst so früh wie möglich rauszuhauen. Erstens mal, weil wer als Erster da ist, ist der Gewinner. Der Zweite ist nicht der zweite Platz, sondern der erste Verlierer. Die Geschwindigkeit zählt heute enorm, wenn es darum geht, sich zu irgendetwas zu äußern. Umso relevanter man ein Thema gerade noch, wenn es noch richtig heiß ist, bearbeitet, umso mehr Klicks wird man daraus generieren, weil der Leser oder der Zuschauer oder der Zuhörer immer wieder neue Informationen haben will, immer wieder neue Häppchen abgreifen will. Das führt am Ende des Tages aber dazu, dass es eine unvollständige Darstellung gibt, dann gibt es noch eine unvollständige Darstellung, noch eine unvollständige Darstellung und das wird so lange aneinandergereiht, bis man eben 20 Inhalte hat und diese 20 Inhalte wurden dann für sich allein jeweils einzeln abgearbeitet und ausgeschlachtet. Und genau diese Vorgehensweise ist es, die wahnsinnig abstoßend ist, ekelhaft, absolut ekelhaft ist, denn sie verzerrt das Bild einer gesamten Geschichte, eines gesamten Geschehens und zerteilt sie in unvollständige Inhalte, die für sich allein betrachtet manipulativ sind. Absolut manipulativ. Und genau dabei sollte man sich nicht ertappen, wenn man so etwas konsumiert. Und es gibt eigentlich kaum positive Beispiele für die Aufarbeitung dieser Tragödie, die da passiert ist. Es gibt eigentlich nur Negativbeispiele und das ist schade, aber genau deswegen fand ich es persönlich auch wichtig, vier Wochen lang einfach mal nichts dazu zu sagen, sich nicht dazu zu äußern, auch wenn viele Leute mir geschrieben haben. Aber natürlich, für viele war es wichtig, gleich auf den ersten Zug aufzuspringen, den man zu diesem Thema findet. Ich hoffe, ich habe jetzt da ungefähr darlegen können, warum ich glaube, dass das nicht die beste Idee ist. Dabei geht es nicht um den K2 und dabei geht es nicht um Mohamed Hassan, dabei geht es auch nicht um Christina Riller oder sonst irgendjemanden, dabei geht es um ein Grundprinzip, wie wir uns mit Medien beschäftigen sollten. Und ich finde, dass gerade nachdem der Alpcast meiner Meinung nach sich auch in eine Richtung der kritischen medialen Betrachtungsweise für den Bergsport dahingehend verändern soll, zumindest ist das mein Anspruch, ist das eine wichtige Nachricht, ganz allgemein gesprochen, die sich nicht nur auf den Bergsport eigentlich beschränken muss. Wenn man keine Gegenseiten kennt, wenn man keine verschiedenen Darstellungen kennt, wenn einfach schlichtweg nicht genug Zeit vergangen ist, dann ist es unverantwortlich, Dinge als vollständig oder als abgeschlossen oder als so, dazu müssen wir jetzt was bringen, dazu müssen wir jetzt einen Artikel schreiben. Ich weiß genau, wie das so läuft. Ich weiß, wie das bei Influencern läuft, die sowas bearbeiten, die sehen das und wissen sofort, oh, da muss ich aufspringen. Und auf der anderen Seite gibt es die Nachrichten und Online-Medien, die sagen, oh, hier in der Redaktion sitzen sie und sagen, hier, komm mal, hier, Twitter, da ist das gerade passiert. Da können wir doch einen Bericht zu machen, oder? Ja, ist das medial relevant? Ja, angeblich ist er wer gestorben. Ja, komm, dann machen wir was dazu. Dann werden die ersten Artikel dazu rausgeschmissen, wo überhaupt keine Informationen enthalten sind. Und das ist unfassbar problematisch. Ich hoffe, dass das damit klar ist. Die Thematik auf dem K2 ist für mich als jemand, der sowohl den Himalaya als auch das Karakorum sehr zu schätzen weiß, den gesamten asiatischen Gebirgskamm bis hin zum Pamir sehr zu schätzen weiß und ich die Menschen dort sehr, sehr schätze und auch in der Vergangenheit sehr lieb gewonnen habe. Für mich ist das Ganze eine emotionale Sache. Deswegen maße ich mir nicht an, das alles hier objektiv beurteilen zu können, sondern sage ganz ehrlich, es gibt hierbei eine subjektive Note und ich sage trotzdem, dass es für mich in dieser Geschichte niemanden gibt, der an irgendwas schuld ist. Das ist für viele Leute schwer zu hören, denn heute brauchen wir immer einen Schuldigen. Wir müssen irgendjemanden beschuldigen können. Wir müssen den Finger, den moralischen Zeigefinger auf irgendjemanden zeigen. Und wenn es der Nachbar ist, es ist egal, Hauptsache es bringt Klicks, denn eine Anschuldigung, da könnte man ja ein Beef draus machen oder sonst irgendwas, das funktioniert, das bringt Quote. Das sollten wir lassen. Und deswegen sollten wir uns auch von der Idee verabschieden, dass wir irgendjemandem eine Schuld zuweisen und ich werde hier ein paar Punkte reinbringen, die vielleicht dem ein oder anderen von euch auch nicht schmecken werden. Aber ich hoffe, dass ich sie zumindest so begründen und darlegen kann, dass ihr es nachvollziehen könnt, auch wenn wir hier nicht einer Meinung sind. Das ist wichtig, denn es ist ein hitziges Thema. Zu Beginn habe ich mir etwas vorbereitet, ein kleines Skript vorbereitet. Tatsächlich mal das erste Mal, seit ich den Alpcast mache oder das zweite Mal, seit ich den Alpcast mache und aus dem möchte ich euch zumindest jetzt mal den Hergang und die Geschehnisse ein bisschen strukturierter darlegen, denn das Problem, was in meinen ersten Versuchen zumindest auftauchte, war, dass ich, ich sag mal, etwas schnell, etwas abschweifend wurde, emotional wurde, weil es ein komplexes Thema ist. Deswegen kommen wir jetzt erst mal zu einem kleinen Teil, der tatsächlich vorgetragen ist. Der Hergang. Ein Hochträger aus dem Fixseilteam geht nachts los, muss also jetzt mit anderen Trägern, also Fixseile hochtragen und montieren, damit die anderen Bergsteiger dann an diesen Fixseilen sich hochziehen können. Dabei kam es unter dem Flaschenhals, das ist eine Passage am K2, kurz vor dem Gipfel, beziehungsweise am Gipfeltag, sagen wir es so. Dabei kam es unter dem Flaschenhals zu einem Ausrutscher, Mohammed Hassan stürzt und fällt in das montierte Fixseil. Mohammed Hassan, ein Teil des Fixseilteams, ein Teil der Angestellten. Dabei hing er kopfüber und dadurch eben Teilentblößt im Fixseil unter der eigentlichen Spur. Das ist passiert. Diverse Dinge muss man nun wissen, um die Verhaltensweisen besser einordnen zu können. Die Unfallstelle war beim Flaschenhals der K2-Aufstiegsroute auf über 8000 Meter. Das bedeutet, dass die Luft schon sehr dünn war, alles insgesamt sehr anstrengend und jeder weiß, dass die objektiven Gefahren ansteigen. Zusätzlich gibt es am K2 an dieser Stelle oftmals Lawinen und Eisschlag, was die Aufenthaltsdauer an dieser Position so kurz wie möglich macht. Die Bergsteiger gehen also möglichst zügig weiter, um diese Stellen hinter sich zu bringen, da es nach dieser Passage deutlich ungefährlicher weitergeht. Und jetzt zu dem, was nach dem Unfall passiert ist. Es gibt, wie leider so oft, verschiedene Versionen. Normalerweise gibt es verschiedene Versionen, weil jeder etwas anderes gesehen hat. Bei einem Autounfall beispielsweise, da gibt es drei Perspektiven. Eine vom Auto dahinter, eine vom Gegenverkehr und ein Fußgänger hat es halt auch noch gesehen. Drei Winkel, drei Geschichten kommen aber in der Regel immer auf sehr ähnliche Ergebnisse, wenn die Polizei beispielsweise eine Zeugenbefragung machen würde. In diesem Fall ist das etwas anders. Auch hier gibt es unterschiedliche Geschichten, aber es ist jetzt wichtig zu wissen, dass sie nicht alle gleichermaßen korrekt sein können, sondern dass eine oder zwei Geschichten auch teilweise erfundene oder konstruierte Teile enthalten. Eine Konstruktion, um die Geschehnisse in der medialen Aufarbeitung und um die geht es ja eigentlich im Prinzip letztlich zu beeinflussen. Welche Geschichte nun eine Lüge ist, das kann man als Außenstehender überhaupt nicht sagen. Und genau das machten sich die entsprechenden Betroffenen zunutze. Es kann also nur Mutmaßungen geben, aber man kann die Plausibilität der Aussagen auch dadurch überprüfen, dass die Handlungen vor, nach und während eines Unfalls entweder zur Darstellung passen oder halt eben auch nicht. An diesem Tag sind 200 Personen am Weg zum Gipfel gewesen. Doch die Fixile Teams sind die ersten. Sie sind bereits nachts unterwegs, damit bei den ersten Sonnenstunden die Bergsteiger bereits am Gipfel stehen können. Als das also passierte, waren vor allem Einheimische und Sherpas an dieser Stelle. Zwei Kollegen von Mohammed Hassan versuchten ihm zu helfen, haben es aber nicht geschafft. Grund dafür ist vor allem, dass die Ausrüstung der Hochträger extrem bescheiden ist und nur darauf reduziert wird, was unbedingt notwendig ist, um den Job machen zu können. Diese Menschen werden auf ein Himmelfahrtskommando geschickt, um die Bergsteiger, die daraufhin folgen, irgendwie zum Gipfel zu bringen. Aber im Prinzip waren sie relativ machtlos. Die Sherpas, also die nepalesischen Bergsteiger, die für Agenturen arbeiten, die waren schon etwas besser ausgerüstet und hätten auch die technische Möglichkeit zur Rettung gehabt. Doch hier kommt ein wichtiger Konflikt zutage. Zum einen sind die pakistanischen Hunsars und die nepalesischen Sherpas keine Freunde. Sie beide schielen auf Jobs in der Bergsteigerindustrie und die Sherpas wollen keine Konkurrenz. In den letzten Jahren wurden die Hunsars immer bessere Bergsteiger und immer professioneller. Schlichtweg ein Dorn im Auge der Sherpas. Zum anderen aber sind die Sherpas auch mit einem klaren Auftrag unterwegs, nämlich die Kunden zum Gipfel zu führen. Die ankommenden Sherpas mit Kunden im Gepäck waren im Prinzip schon für den Aufstieg nachgerückt. Hier kommt jetzt eine alte Bekannte ins Spiel, die jenen ein Begriff ist, die das am Bergmagazin gelesen haben. Christine Harilla. Sie war nämlich laut eigenem Statement schnell unterwegs und im vorderen Teil der Masse. Das heißt, sie hat den Ursprung der ganzen Tragödie mehr oder weniger miterlebt. In ihrem Statement sagt sie dann, dass das Fixseil-Team weiter vorn, also vor Hassans Unfallstelle, ebenfalls Probleme hatte und sie und ihr Sherpa deshalb nach denen schauen wollten. Nachdem bei denen alles in Ordnung war, gingen die beiden weiter. Ein Teampartner von Harilla blieb bei Hassan und versuchte mit dem Kollegen von ihm, Hassan, letztlich erst mal wieder aufzurichten und dann über einen Flaschenzug nach oben zu ziehen. Die ganze Aktion zog sich natürlich hin. Harilla sagt, dass sie sofort halfen, dass ihr Partner und andere Hochträger sofort Hilfsaktionen starteten. Alle anderen Augenzeugen und auch Personen am Berg sagen aber gleichzeitig, dass es eine Dreiviertelstunde lang gar nichts passiert ist und erst dann in eine aufrechte Position gebracht wurde. Es gibt auch hier eine ganz andere Darstellung zwischen Harilla und anderen Bergsteigern. Harilla meint, dass ein Fixseil verlegt wurde, um alle abzusichern und um Hassan zu helfen. Andere Augenzeugen berichten aber, dass dieses Fixseil verlegt wurde, um an der Unfallstelle vorbeizukommen. Unabhängig davon waren zwei bis vier Leute, da unterscheiden sich die Meinungen, mit der Rettung von Hassan aus dieser Lage beschäftigt. Es ging in erster Linie nur darum, ihn wieder auf die Spur hochzuhieven. Aber es waren ja 200 Personen im Flaschenhals. Was haben die eigentlich gemacht? Richtig. Sie sind, und da decken sich alle Geschichten, genau wie Harilla und ihr Sherpa Lama über die Situation letztlich hinweggeklettert und in Richtung Gipfel gegangen. Am Retourweg übrigens genauso. Augenzeugen berichten auch, dass Mohammed Hassan beim Abstieg einzelner Bergsteiger noch lebte. Es ist also davon auszugehen, dass Mohammed Hassan um die acht Stunden lang im Seil hing, bis er letztlich durch die Kälte und den Sauerstoffmangel erlöst wurde. An ihm vorbei zahlreiche Bergsteiger, die den Todeskampf sahen und ihn ignorierten. Einzelne Bergsteiger versuchten ihm zu helfen, teilweise auch nur eine Zeit lang, solange es ihm möglich war. Und jetzt kommen wir, das ist jetzt der Abschluss des Vorbereiteten, zum ungeschriebenen Gesetz. Das ist beileibe nicht unwichtig. Das ungeschriebene Gesetz sagt im Höhenbergsteigen, dass wenn jemand Probleme hat, es seine Probleme sind. Sobald ich mich als Person in Gefahr begeben muss, um einer anderen Person zu helfen, ist das nicht mehr mein Problem. Ich muss immer auf meine eigene Sicherheit zuerst schauen. Das ist das ungeschriebene Gesetz. Jetzt entsteht aber hier, gerade in dieser Situation, eine Problematik, die sich mit diesem ungeschriebenen Gesetz nicht so erklären lässt. Man kann natürlich beileibe sagen, diese Person hat sich selbst in diese Situation gebracht, mehr oder weniger, deshalb bin ich nicht dafür verantwortlich, diese Situation zu verbessern oder das Problem zu lösen. Diese Argumentation hinkt an einer Stelle. Zum Ersten, die große Problematik in Höhenbergsteigen ist, dass Menschen dabei verunglücken, die eben nicht sich selbst freiwillig in diese Situation begeben haben. Wie viel freier Wille steckt denn letztlich in der Idee, um zu überleben, um der Familie Medikamente und Essen kaufen zu können, sich in Lebensgefahr zu begeben? Was ist daran konkret freiwillig? Es ist korrekt. Niemand steht mit der Waffe hinter ihm und sagt, entweder du gehst oder ich bringe dich um. Damit wäre die Freiwilligkeit im Prinzip impliziert. Aber es ist ungefähr so freiwillig, wie wenn Menschen, die arbeitslos sind, sich auf Jobs bewerben, weil man ihnen sonst das Geld wegnimmt. Es ist nicht freiwillig, es ist eine notgedrungene Situation, die durch Erpressung entsteht. Und im Prinzip ist es hier noch viel schlimmer, denn hier geht es ums Überleben. Mohamed Hassan trifft genauso wie ganz viele andere Hunsas und Sherpas die Entscheidung, dass es besser ist, sich in Lebensgefahr zu begeben, um die ganze Familie ernähren zu können, als selbst zu verhungern. Der Tod durch Verhungern für sich selbst und die Familie ist definitiv, ist eindeutig, ist sichergestellt. Das Überleben einer lebensgefährlichen Situation ist wahrscheinlich. Und man nimmt dann im Prinzip einfach nur noch das geringere Übel. Und deswegen kann man nicht von Freiwilligkeit sprechen. Das ist nicht möglich. Wer das tut und mit dieser Idee argumentiert, dem kann man deutlich sagen, dass es nur zynisch sein kann, dass es sich um Zynismus handelt. Denn mit der Realität hat das nichts zu tun. Zum anderen müssen wir jetzt aber bei diesem ungeschriebenen Gesetz auch noch zu einem anderen Punkt kommen. Er ist also nicht freiwillig da oben. Das heißt, er begibt sich in eine lebensgefährliche Situation, kommt dann konkret in Lebensgefahr, in die er sich nicht freiwillig begeben hat. Das haben wir jetzt hoffentlich geklärt. Und dann kommt die Frage, gilt jetzt das ungeschriebene Gesetz? Jemand ist in einer Notsituation, in einer sehr, sehr gefährlichen Passage des Berges, in einer sehr gefährlichen Passage des Aufstiegs. Muss ich ihm jetzt helfen oder nicht? Ich kann mich auf das ungeschriebene Gesetz berufen, dass ich persönlich meinen eigenen Arsch in Sicherheit bringen muss, um nicht noch Schlimmeres quasi zu erzeugen, weil dann stirbt Person A und ich auch noch und Person C und D ebenfalls. Das ist eine valide Argumentation. Übrigens, diese Argumentation kommt aus dem Feuerwehr- und Rettungswesen und auch aus dem teilweise aus dem Polizeiwesen, also aus dem Sicherheitswesen. Da heißt es, wenn man in Sicherheit, wenn man sich aus seiner eigenen Lebenssicherheit hinausbegeben muss und in Lebensgefahr begeben muss, um einer anderen Person zu helfen, dann sollte man das grundsätzlich nicht tun, um eben oder beziehungsweise nur bis zu einem gewissen Punkt tun, denn, so die Logik, es ist niemandem geholfen, vor allen Dingen nicht der betroffenen Person geholfen, wenn diese Person dann stirbt, weil man selbst auch nebenbei stirbt. Das gilt für Feuerwehrmänner, das gilt für und Feuerwehrfrauen, das gilt für Rettungssanitäter und Rettungssanitäterinnen, das gilt bis zu einem gewissen Punkt auch für Polizisten. Wenn eine Lage aussichtslos ist, dann werfe ich nicht noch mein Leben hinein, um quasi eine aussichtslose Situation noch schlimmer zu gestalten. Daher kommt dieses ungeschriebene Gesetz und das hat man sich im Bergsport ziemlich geil ausgelegt. Geil unter Anführungszeichen. Denn das ungeschriebene Gesetz sagt jetzt, du bist ein Bergsteiger und wenn du der Meinung bist, bist, dass du dich in Lebensgefahr begeben möchtest, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben können. Beim Höhenbergsteigen funktioniert das aber eigentlich nicht. Denn wir alle, als jemand, der sich jetzt auf 7000er oder 8000er begibt, wir alle als diese Bergsteiger, wenn wir jetzt in dieser Situation wären, begeben uns bereits in Lebensgefahr. Es ist bereits der Punkt eingetroffen, an dem wir Lebensgefahr in Kauf nehmen, um einen Gipfel zu erreichen. Wir können also mit dem Argument, dass wir uns in Lebensgefahr begeben müssten, um einen anderen Menschen zu retten, nicht aus der Affäre ziehen, denn die Lebensgefahr tritt in dem Moment ein, in dem wir das Camp 4 verlassen und in Richtung Gipfel gehen. Diese moralische Argumentation, dass wir uns ja nicht verpflichtet fühlen können, uns in Lebensgefahr begeben zu müssen, um einer anderen Person zu helfen, ist im Höhenbergsteigen nicht valide. Das ungeschriebene Gesetz, das es nicht notwendig macht, Hilfe zu leisten, die über das, ich sag jetzt mal, absolute Minimum hinaus geht, zu leisten, ist nicht valide. Wenn wir bereit sind, ich möchte das mal ganz konkret machen, wenn wir bereit sind, einen Gipfel zu besteigen und dafür unser Leben zu riskieren und diese Berge sind lebensgefährlich, das wissen alle, schaut euch das Video über den K2 von mir von letzter Woche an, Menschen sterben am K2 an genau dieser Stelle vollkommen unverschuldet, aufgrund der Tatsache, dass die objektiven Gefahren so groß sind, dass es russisches Roulette ist, sich überhaupt an diese Stelle zu begeben und über genau diese Stelle sprechen wir heute. Die Tatsache, dass wir uns rausnehmen in unserem Leben, diesen Gipfel zu besteigen und dafür unser Leben zu riskieren, ist der klare Beweis dafür, dass das ungeschriebene Gesetz nicht gelten kann, denn was ist mehr wert? Eine ganz einfache Frage, was ist mehr wert? Ein Gipfel oder ein Menschen Leben und das ist diese große Geschichte, die hier jetzt einfach geklärt werden muss, die wir beantworten müssen und sie wurde von den Bergsteigern am K2 beantwortet. Das ungeschriebene Gesetz gilt für Bergsteiger, für Sherpas, für Hunsas. Man kann hier keine Ausnahmen schaffen. Das Problem ist nur folgendes, man könnte natürlich jetzt alle über einen Kampf scheren und sagen, 200 Bergsteiger, 200 Menschen abschauen. Das funktioniert aber nicht. Wir haben nämlich nicht 200 gleichermaßen ausgebildete, gleichermaßen trainierte Bergsteiger. Wir haben hier vollkommen unterschiedliche Situationen. Wir haben am Berg eine richtige Hierarchie und wir haben am Berg auch gewisse Umstände, die alleine diese Einhaltung eines so simplen Gesetzes nicht möglich machen, weil die Situation deutlich komplexer ist. Das bedeutet, wir haben Hunsas, wir haben pakistanische Träger, Hochträger, nicht immer Hunsas, Hunsas ist auch so ein Modebegriff wie Sherpas, aber sind nicht alles Hunsas, Hunsas sind ein Volk, aber das ist jetzt nebenbei. Wir haben pakistanische Porter, die pakistanischen Hochträger beziehungsweise eben die Fixseil Teams etc., die haben dann unterschiedliche Aufgaben, sind in unterschiedliche kleine Teams eingeteilt. Wir haben die, die sind nochmal hierarchisch unter den Sherpas, da die am Berg unter den Angestellten haben. Nun kommen aber noch die Kunden dazu. Die Kunden sind eigentlich nochmal hierarchisch gesehen über allen anderen, denn sie bezahlen ja im Prinzip für alles, was ja schon mal offensichtlich ein Problem verursacht und diese Hierarchie ist aber dadurch vollkommen gestört, da die Leute, die sich ja vermeintlich an der obersten, an der Spitze der Hierarchie befinden, nicht für die meiste, gerade bekannt sind, nicht für die beste technische Ausrüstung im Vergleich zu den pakistanischen Hochträgern definitiv, aber im Prinzip der technischen Ausrüstung sind sie oftmals ebenfalls nur so ausgerüstet, wie sie sein müssen, um den Gipfel zu erreichen. Da ist eine Ascension, also eine Steigklemme, eine Juma quasi befestigt an ihnen und das war's. Die haben keine Rettungskits an ihren Klettergurten beziehungsweise an ihren Hochturngurten. Das sind wiederum ganz seltsame Umstände. Hierarchisch gesehen ist der, der für alles verantwortlich ist, nämlich die bezahlenden Kunden, gleichzeitig der dümmste, vielleicht zweitdümmste am ganzen Berg. Nicht dumm im Sinne von eine beleidigende Abwertung, dumm im Sinne von ungebildet und das macht die Situation auch schwierig und jetzt kommen wir zu einer noch schwierigeren Situation. Der Sherpa bekommt vom Kunden vom hierarchisch gesehen Chef einen Auftrag bringen mich zum Gipfel. Selbst wenn jetzt der Kunde an einer gewissen Stelle aufgrund von Problemen nicht sagt nicht sagt ich will umdrehen sondern sagt hier wir müssen jetzt helfen hier wir müssen jetzt was tun dann ist er trotzdem nicht nicht mehr befähigt hier irgendwelche Entscheidungen zu treffen denn er hat die Verantwortung an den erfahreneren Sherpa oder an seine Expeditionsleitung oder an den Climbing Sherpa also an den Chef Sherpa sozusagen in seinem kleinen Team übergeben die Situation ist also nicht so einfach zu sagen du bist schuld du bist schuld der der Kunde so funktioniert hier nichts mehr die Medien haben das genauso aufbereitet sie ist schuld Christina Riller sie hat alle Leute umgebracht denn sie oder sie hat ihn umgebracht sie hat Mohammed Hassan auf dem Gewissen denn sie war die Erste die dort war sie hätte ihn retten können wodurch woran macht man dieses Urteil fest Christina Riller eine strittige Persönlichkeit ich mag sie nicht aber woran macht man das Urteil fest dass eine Person XY bei so einem komplexen Geflecht an Fähigkeiten Befähigungen Verantwortung und Hierarchie dass eine Person konkret dafür verantwortlich ist so funktioniert hier nichts wir können nicht mal sagen alle Kunden sind dafür verantwortlich dass dieser Mensch gestorben ist auch so funktioniert das nicht wir können auch nicht sagen dass alle pakistanischen hochträger verantwortlich wir können auch nicht sagen dass die Sherpas dafür verantwortlich sind ja Sherpas haben den Mann da oben liegen lassen und verrecken lassen absolut korrekt aber die das Konstrukt in dieser ganzen Geschichte ist so massiv komplex dass es sinnlos ist irgendjemanden als schuldig zu bezeichnen das funktioniert nicht jetzt müssen wir diese komplexe Situation also irgendwie aufarbeiten wir müssen ja irgendwas daraus machen irgendwie müssen wir selber für uns verstehen warum das passiert ist und das ist gar nicht so leicht denn wie wollen wir denn ganz konkret an den Schuldigen festmachen wenn wir gar nicht dabei waren die Medien haben natürlich auch darüber berichtet so wie alle Medien und sozialen Medien sich irgendjemand daran aufgegeilt hat dass man endlich wieder einen neuen Skandal aufreißen kann und grundsätzlich kann man sagen dieses Video hier für alle Zuhörer in dem Video sieht man quasi wie in diesem Bottleneck im Prinzip die in der Traverse des Bottlenecks wie hier im Prinzip ganz viele Bergsteiger gerade am Weg nach oben sind und viele das muss man jetzt ehrlicherweise auch sagen viele haben bereits vor dem Bottleneck umgekehrt weil die Bedingungen relativ schlecht waren das Wetterfenster sehr klein war und so weiter und so fort deswegen es sind auch nicht alle gleichermaßen die nur weil sie dort waren auch wirklich an der ganzen Situation überhaupt beteiligt gewesen das ist ja auch etwas das wurde nie so wirklich betont es gibt einzelne irgendwo kleine Nebensätze wo drinsteht manche haben schon vorher umgedreht ja ja aber man sollte vielleicht auch betonen dass diese Leute nur weil sie dann am K2 waren nicht ebenfalls Teil der Lünch-Justiz sein sollten weil sie waren ja auch mal am K2 oder sie waren ja auch mal dort und haben dann im Endeffekt abgebrochen und haben diese ganze Situation überhaupt nicht mitbekommen in dem Video sieht man jedenfalls wie das wie das passiert ist beziehungsweise nicht wie der Unfallhergang war sondern wie sich die Bergsteiger einfach über den Toten beziehungsweise vermeintlich Toten das ist wichtig zu betonen er war an diesem Zeitpunkt nicht tot er lebte einfach drüber gehievt haben und das ist auch der Beweis dafür dass die Fixseile nicht dafür angebracht wurden ihn konkret zu retten sondern um ihn drum gespannt wurden damit die Bergsteiger weiter gehen können denn das ist wichtig dass man das technisch versteht weil sonst sagt man ja dann wieder das ist eine Behauptung und woher willst du das wissen technisch gesehen in dem Statement von Christine Harilla steht dass sie an einer Eisschraube fixiert wurde von ihrem Sherpa und dann eine Rettungsaktion versucht hat ihn hoch zu hieven das hat alles nicht so ganz geklappt und so weiter irgendwann sind sie dann weiter weil weiter vorne nochmal ein Team Probleme hatte das ist ihre eigene Aussage das kann man alles auf Instagram nachlesen sie versucht sich da ja auch noch mal zu äußern dazu und sie hat sich dann auch nochmal in alle Medien gesetzt weil nein da brauche ich jetzt eigentlich nichts zu sagen jedenfalls ist es so dass die Darstellung von ihr nicht ganz schlüssig ist es ging ja darum hier eine Rettung durchzuführen und ihn irgendwie wieder hoch zu hieven er hing ja im Fix Seil im Prinzip wäre es nur notwendig gewesen das Fix Seil wieder auf Spannung zu bringen was muss ich dafür tun ich muss irgendwo einen Fix Punkt schaffen der abseits dieser bereits dieses Fix Seils diese Linie die quasi über die einzelnen Eisschrauben miteinander verbunden ist ich muss unabhängig von dieser Linie nun erstmal wieder einen Fix Punkt schaffen der nicht belastet ist durch irgendwas anderes wenn ich diesen Fix Punkt errichtet habe kann ich über diesen Fix Punkt mir mehrere Dinge überlegen entweder er ist noch soweit handlungsfähig und so wie ich das verstanden habe oder so wie das Augenzeugen beschrieben haben hat er sich ja vollkommen bewegt er ist ja nur gestürzt in seinen Gurt gefallen aber war voll vollends bewegungsfähig er war bei Bewusstsein es ist ja kein großes Drama passiert er ist ja quasi im harten Firn einfach abgerutscht und ein paar Meter runtergerutscht das war kein Sturz wo er auf einem großen Felsbrocken aufgeschlagen und halbtot schon war das war ja nicht der Fall das Einzige man hätte hier diverse Dinge machen können man hätte entweder ihm persönlich wenn er noch so weit in der Lage war ihm persönlich entsprechende Rettungsausrüstung runterkommen lassen können damit er sich selber helfen kann oder dass er sich sie einfach an den Gurt klippt und dann wird er hochgezogen kennt man viele Leute aus dem Hochtouren Bereich kennen das Prinzip aus der losen Rolle beispielsweise das hätte man überlegen können genauso hätte man über das Fixseil eine Totmann Bergung machen können dann hätte er sich grundsätzlich gar nicht bewegen müssen auch die Ausrichtung seiner Person wäre vollkommen irrelevant gewesen man hätte einen Fixpunkt schaffen können sich über diesen abseilen ihn aufrichten und dann versuchen was machen wir jetzt eigentlich dann wäre er ansprechbar gewesen es war ja zu Beginn zumindest auf jeden Fall noch ein pakistanischer Träger dabei der hätte auch mit ihm kommunizieren können da hätten sich auch alle verständigen können seine Ausrüstung war schlecht das weiß man das heißt selbst hätte er sich nicht helfen können seine Ausrüstung war übrigens nicht schlecht weil er ein verantwortungsloser Bergsteiger war so wie das auch dann nochmal in den Medien teilweise erwähnt wurde nein nein seine Ausrüstung war schlecht weil er ein fixes Budget von seiner Agentur dafür bekommen hat dass er diesen Job macht und das hat er sich im Prinzip vom Gehalt bezahlen müssen seine Ausrüstung und natürlich versucht man dann wenn es darum geht dass die eigene Familie von Medikamenten und Essen abhängt so viel wie möglich davon in genau das investiert werden kann wie klug oder dumm das ist dass dazu haben wir gar kein Recht das zu bewerten weder die Medien noch irgendwelche Influencer niemand hat ein Recht zu beurteilen ob er und auch nicht Reinhold Messner niemand hat das Recht dazu zu beurteilen ob seine Entscheidungen relevant interessant gut schlecht sonst was waren dazu hat niemand das Recht das was er getan hat hat er aus einer überlebenstechnisch beschissenen Lage heraus entschieden niemand in unserer privilegierten Welt kann das nachvollziehen und alleine deshalb ist es vollkommen unzulässig von jeder Person die Sinnhaftigkeit und Sinnlosigkeit dieses Unterfangens zu beurteilen insbesondere wenn es darum geht ob er eine Teilschut an dieser Situation hat oder nicht diverse Male habe ich im Internet gelesen das Internet ist natürlich der Platz für alle guten Ideen habe ich im Internet gelesen dass er mit so einer schlechten Ausrüstung eben nicht hätte hoch gehen sollen dazu habe ich leider nichts was ich sagen darf ohne dafür rechtlich belangt werden zu können tut mir leid deshalb die Situation stellt sich also so da es gäbe die Rettungsmöglichkeiten und jetzt haben wir dieses ungeschriebene Gesetz das sagt hey wenn es gefährlich ist jemanden zu retten sollte man es vielleicht nicht tun wenn man sich dadurch selbst in Gefahr begibt und ich glaube ich habe zuvor schon erklärt warum ich der Meinung bin dass dieses ungeschriebene Gesetz voller Heuchelei ist denn wir sind bereit für einen Gipfel die Bottleneck Traverse auf uns zu nehmen aber für einen Menschen halt leider nicht und wenn hier wirklich vier fünf leute die technisch versiert sind die wissen was sie tun oder was tun müssen die entsprechende ausgerüstet sind wenn die hier vier fünf Mann zusammen helfen in dem Zeitpunkt an dem Zeitpunkt an dem er noch bei vollem Bewusstsein war und gelebt hat also zu Beginn gleich in der Nacht dann wäre diese Situation niemals eskaliert und es hätte keine 30 Minuten gedauert wie lange die Leute die einzelnen Bergsteiger in der Bottleneck Traverse verbracht haben wie langsam oder schnell sie waren das ist sehr unterschiedlich aber auf die 30 Minuten wäre es halt nicht angekommen und wenn ich bereit bin diese Traverse auf mich zu nehmen um den Gipfel zu erreichen und damit mich definitiv in Lebensgefahr zu begeben weil im Abstieg diese Traverse gefährlich ist aufgrund von Eisschlag und aufgrund von Lawinen dann muss ich mit der gleichen Konsequenz sagen hier ist ein Mensch in Not ein Mensch der wird sterben alle wussten es es ist lächerlich zu glauben dass irgendjemand sich dachte das sieht doof aus aber gut dass hier warm ist alle wussten sie dieser Mensch steckt jetzt in einer lebensgefährlichen Situation er wird unter diesen Umständen sterben und alle die weiter gegangen sind müssen sich es geht nicht anders müssen sich gedacht haben die nächsten hinter mir werden schon richten und niemand hat es gerichtet von den 200 Bergsteigern sind nicht alle Leute an ihm vorbeigekommen das ist richtig das ist Fakt aber jeder einzelne von denen die an ihm vorbeigekommen sind hat eine Teilverantwortung für das was er selber tut oder eine volle Verantwortung beziehungsweise natürlich nur eine Teilverantwortung weil schlichtweg Fakt ist wie ich schon angesprochen habe dass die Hierarchien eine sehr komplexe Situation von selbst ergeben haben die das ganze Setting natürlich auch viel schwieriger gemacht haben und so wie es auch Christina Riller beschreibt beziehungsweise diverse Drohnen Aufnahmen die das Ganze belegen weiß man auch dass einzelne Personen sich an diesen Rettungsaktionen beteiligt haben und dass einzelne Personen bei ihnen waren und lange versucht haben ihm auch zu helfen ihm mit Sauerstoff zu helfen beziehungsweise ihn irgendwie zu retten sie haben es ja auch geschafft ihn aufzurichten sie haben es ja über über hin hin weg gegangen sind es geht nicht darum wie viele Leute ihm letztlich versucht haben zu helfen denn das waren oftmals Einzelpersonen das waren oftmals Leute die nicht die technischen Fähigkeiten dafür hatten deswegen ist das alles erst passiert weil so viele Menschen vor ihm sind die eigentlich alle nicht da sein sollten die einzig logische Entscheidung muss an dieser Stelle sein es muss abgebrochen werden ein Mensch ist in Lebensgefahr der Gipfel Aufstieg ist nur unter zwei Umständen möglich entweder das passiert nicht oder wir gehen über Leichen und in diesem Fall war es weitaus schlimmer als über Leichen zu gehen die Leute die den Gipfel des Katz Weiße hier erreicht haben sind nicht über Leichen gegangen sie sind über Menschen im Sterben gegangen das ist der Punkt das hat nichts mit jemand ist schuld zu tun ich habe vorhin schon versucht und ich möchte das hier nochmal unterstreichen es gibt keinen schuldigen es sind wahnsinnig viele Probleme die vornherein bevor überhaupt der Aufstieg zum ersten Camp passiert von Haus aus mit auf den Gipfel wandern da geht es wie gesagt darum dass Hierarchien nicht stimmen dass die Ausrüstung oftmals nicht stimmt dass das Wissen der Kunden unter aller Sau ist dass das technische Wissen der Hochträger vor allen Dingen der Hochträger aus Pakistan unter aller Sau ist das sind alles Probleme aber die gehen vom Tag 1 mit Richtung Gipfel und dadurch dass diese Probleme nie angesprochen werden und nie berücksichtigt werden führt das in the long term sozusagen dazu dass wenn es irgendwo dann mal zu so einer Situation kommt diese Probleme zu Fehlern führen diese Probleme machen meistens nichts meistens geht alles gut obwohl diese ganzen Probleme mit am Weg liegen aber manchmal so wie im Fall von Mohammed Hassan führen diese Probleme dann zu Toten und die Menschen die über ihn hinweg gestiegen sind sind nicht allein schuld es sind die diversen Probleme die das Höhenbergsteigen über die Jahrzehnte verursacht hat allen voran das kommerzielle Bergsteigen über solche riesigen Expeditionen 2008 ist unter den gleichen Umständen spät in der Season kleines Wetterfenster ein großes Drama passiert dass wir das 15 Jahre später wiederholen müssen mit weniger Toten aber mit einer moralisch sehr viel fragwürdigeren Geschichte dahinter das hätte ich persönlich nie gedacht und ich persönlich war auch so naiv anzunehmen dass wir aus 2008 am K2 eigentlich gelernt haben müssten aber das haben wir nicht es wurde noch viel schlimmer und ganz ehrlich es ist nur Glück dass nicht noch viel viel mehr passiert und irgendwas muss sich ändern es wird mehr und nur durch Glück vielleicht halt nicht zum Schluss muss ich auf eine Sache zu sprechen kommen die mir persönlich wichtig ist die mediale Aufarbeitung der Geschehnisse war schlecht wie gesagt nach zwei drei Tagen muss man auf so ein Thema drauf springen sonst kommt man da ja nicht mehr medial hoch man wird ja nicht mehr hoch gespült wenn man vier Wochen später was macht interessiert doch keine Sau interessiert keine Sau mehr da ist ja alles gegessen da gibt es keine sache mehr über die man spekulieren kann man kann keine schuldigen mehr suchen ist alles langweilig geworden das ist eine krankheit und die wird natürlich ausgelöst durch soziale medien denn in sozialen medien ist alles etwas schneller man braucht sehr viel weniger kontext es braucht keine recherchen es braucht keinen nachweis es braucht keine belege Quellen nichts deswegen das ist in den sozialen medien erfunden worden und die medien haben sich an das spiel angepasst weil sie überleben ja nur aufgrund der relevanz sie überleben ja nur wenn sie im gespräch sind und bleiben und angeklickt werden und deswegen müssen sie da mit ziehen es heißt wenn berichte nach zwei tagen nach einem geschehen ist egal welcher Art veröffentlicht werden dann ist das manchmal unvollständig weil sich selbst diese berichte oftmals auf quellen berufen die nur irgendwo in den sozialen medien herum kursieren und soziale medien sind schwierig und eigentlich müsste es die aufgabe der konventionellen medien der klassischen medien sein genau diesen schwierigen umstand zu bearbeiten und zu sagen hey wir haben hier ganz viel in den sozialen medien gesehen ganz ganz viel davon ist falsch ganz ganz viel davon ist problematisch wir haben jetzt zwei monate lang recherchiert haben alle leute befragt die es zu befragen gibt haben mit allen parteien gesprochen die wir finden konnten und die bereit waren mit uns zu reden und das hier ist der abschließende vollständige bericht an dem nicht gezweifelt werden kann weil er so gut belegt ist das müsste die aufgabe der medien sein und das wird nicht gemacht und das ist ein problem in diesem sinne mohammed hassan ist nicht gestorben weil ihn andere menschen im stich gelassen haben aber das umgekehrte gilt trotzdem mohammed hassan wäre nicht gestorben wenn es die probleme im höhenbergsteigen nicht gäbe und wenn es eine einigkeit darüber gegeben hätte dass ein gipfel nicht so viel wert ist wie ein menschen leben die teilverantwortung der bergsteiger am k2 ist folgende die menschen die weiter gegangen sind hätten wenn sie alle zusammen gehalten hätten diesen menschen da hoch ziehen und runter tragen können das wäre machbar gewesen da waren viele starke sterpers viele starke bergsteiger viele starke kunden dabei das hätte schon das wäre schon machbar gewesen die einzelnen personen die versucht haben zu helfen großen respekt an sie dafür ganz ehrlich die einzelnen bergsteiger die versucht haben noch irgendwie etwas zu ändern irgendwas auszumachen großer respekt dafür aber aber die einzelnen waren es nicht die ihn getötet haben und die einzelnen waren es auch nicht die sein überleben hätten sichern können es hätte die Masse gebraucht die Masse die an diesem Tag versucht hat den Gipfel zu erreichen ist dieselbe Masse die Mohammed Hassan das Leben hätte retten können aber nur als Masse funktioniert und die Masse hat sich dafür entschieden den Gipfel zu besteigen unter welchen fragwürdigen Gesichtspunkten auch immer ob es ein Rekord ist der vollkommen wertlos ist und übrigens für immer unter dem Stern eines toten Menschen stehen wird unabhängig davon übrigens vollkommen unabhängig davon ob das der Fall ist oder nicht das ist das was die Menschen damit assoziieren werden das hat nichts mit richtig oder falsch zu tun gerade die sozialen Medien beurteilen nicht so ist nicht so sondern einfach nach einem moralischen Kompass der sich selbst in den sozialen Medien irgendwie bildet aber das ist sicher dieser Rekord steht unter dem Stern eines toten Menschen das ist gesetzt und auch für alle anderen Bergsteiger wie gesagt unter welchem Gesichtspunkt auch immer sie den Gipfel erreichen wollten einfach weil sie unbedingt mal am K2 stehen wollten weil sie so viel Geld dafür bezahlt haben weil sie einen Rekord einstellen wollten warum auch immer diese Menschen haben sich alle dafür entschieden dass der Gipfel Anstieg zu wichtig ist das ist Fakt das ist keine Behauptung das ist passiert da lässt sich auch nicht darüber diskutieren das ist nun mal passiert es hätte ein kollektives Abbrechen geben müssen das hat auch Reinhold Messner in einem Interview gesagt es hätte ein kollektives Abbrechen geben müssen eine kollektive Entscheidung dass nun etwas anderes wichtiger ist der Gipfel war die ganze Zeit das wichtigste das verstehe ich vollkommen das wäre es mir auch die ganze Zeit hat man den Gipfel im Fokus Wochen bereitet man sich darauf vor beziehungsweise Wochen reist man halt eben zum Camp 4 im Prinzip Monate Jahre bereitet man sich darauf vor der Gipfel ist das wichtigste aber nur bis haben zu viele Menschen Nein gesagt deswegen ist Mohammed Hassan gestorben er ist nicht gestorben weil Person A etwas getan hat weil Person B etwas getan hat er ist gestorben weil am Ende des Tages zu viele Menschen gesagt haben der Gipfel ist wichtiger das war der Grund die Tatsache dass Menschen gesagt haben dass er im Abstieg noch gelebt hat ist der Beweis dafür dass das die Ursache für seinen Tod war das ungeschriebene Gesetz ist nur ein Gesetz des puren Egoismus weil ich wiederhole ich wiederhole mich das weiß ich aber mir ist wichtig das jetzt nochmal zu betonen weil wir uns bereits in Lebensgefahr befinden wenn wir in dieser Situation sind die Lebensgefahr endet nicht weil wir andere Menschen sterben lassen mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen man kann darüber noch viel reden man kann darüber noch viel philosophieren und diskutieren und es gibt keine richtigen und falschen Ansichten und auch meine Ansichten und auch das was ich heute hier dargelegt habe wird sicher auch zerfleddert weiß ich aber trotzdem freue ich mich auf eure Beiträge dazu solange sie konstruktiv sind ich bin nicht bereit wie immer bin ich nicht bereit große beleidigungen von mir oder anderen Personen in Kauf zu nehmen aber grundsätzlich freue ich mich über eure Beiträge dazu und ich lese sie auch alle und ich bin gespannt was ihr zu dem Thema zu sagen habt und wir lesen uns in den Kommentaren und ich freue mich wie immer dass ihr und Ruhe in Frieden Mohammed Hassan